Hi. Moin. Na, wie geht's? Wie steht's? Weiter geht's. Alles schick, oder? Ein Träumischer. Dann würde ich sagen... Bist du schon da? Ja, noch im Ladebildschirm. Okay, dann warte ich noch kurz. Danke. Für? Das hat man voll gehört. Ja, da kann ich nix für. So. Nicht erschrecken. Okay, sehr gut. Okay, Hilfe. Sie bedroht mich mit einer Waffe. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zum heutigen Video 7 Days to Die. Weißt du übrigens, was ich mich die ganze Zeit frage? Was denn? Das Spiel heißt 7 Days to Die, ja? Hm? Wir haben jetzt Tag 6. Und wir sind schon ein paar Mal gedeiht. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, was passiert nach Tag 6, also quasi Tag 7? Na, ich denke mal der Blutmond, oder? Ich glaube, der war schon. Ich glaube, das war da, wo die ganze Horde... Der Himmel war rot, du. Na. Hast du das nicht gesehen gehabt? Doch, aber nein. Das war voll heftig, Mann. Das war doch nix. Heftig. Heftig. Äh, ich hab, äh, Fleisch. Wo soll ich denn das in die Truhe? In die dritte Truhe, oder was? Ja, hau rein. Ja, hau rein. Hup die aus. So. Schmeißen wir das mal alles hier rein. Ah, ganz vorsichtig. Kannst du irgendwas an einer Hose vielleicht basteln? Äh, ich schau sofort. Ich mach nur kurz meine Taschen leer. Aber ich glaube, wir brauchen eine neue mit, mit Blödsinn. Ich brauch auf jeden Fall... Oh, warte mal gar nicht, vielleicht hab ich Skillpunkt? Ne, okay. Ich brauch auf jeden Fall... Ne, ich kann Bein schienen, aber keine Hose. Oder? Hose. Ich kann dir eine Jeans basteln. Ehrlich? Die würde ich nehmen. Ja. Ich auch. Leider braucht man dafür aber viel Fetzen. Haben wir noch irgendwo welche? Hier sind neun. Ich hab sie dir grad auf die Truhe gekackt. Und wir haben noch zehn da. Das reicht tatsächlich nicht. Und ein Näh-Set. Näh-Set hab ich. Ah, guck mal. Ich hab hier vielleicht was für dich. Warte mal ganz kurz. Vielleicht kannst du das gebrauchen. Oh. Das ist ja Kohlwurst. Und das gefunden. Irgendwo. Krass. Guck mal, ich hab jetzt so einen Wasserreinigungs-Mod auf meinem Held. Äh, Helm. Mhm. Und es steht, wenn es in deinem Helm installiert ist, reinigt das jegliches Wasser. Ist ja heftig. Ja. Hä? Wo kann ich denn das reinschmeißen? T-Shirt? Nee. Oh, das weiß ich nicht. Verringert die Mali auf Bewegung und Ausdauer durch die Rüstung. Rüstung. Brust? Geht nicht. Hm. Nee, es sieht nicht so aus, als könnte ich es benutzen. Auch wenn es eigentlich Beweglichkeit hoch macht, was ja gut wäre. Nee. Leider nicht. Aber danke für das Angebot. Vielleicht bei Zeit. Hm. So. Ähm. Wo ist die Jeans? Da, wir wollen noch Stoff fetzen. Für Stoff fetzen. Da können wir Baumwolle sammeln gehen. Baumwolle. Ich habe doch vorhin Baumwolle gehabt. Ich gehe doch jetzt keine Baumwolle pflücken. Achso, ja, ich gehe schnell. Echt? Cool. Aber ich dachte, du hast dich noch geärgert. Das ist scheiße. Ich habe vergessen, meine Aufnahmen anzumachen. Gut. Willst du mal starten, oder? Hi. Hi. Ich bin auch da. Sorry. Nice. Jo, ist nicht schlimm. Okay. Ich habe jetzt nichts effektiv gemacht, außer mein Lager leer gemacht. Ja. Deswegen ist nicht so schlimm. Okay. Ja, da habe ich wohl das erste Mal vergessen, auf Aufnahmestarten zu drücken. Jo, passiert. Selbst im Besten. Ja. Ja. Oh, ich bin hungrig. Oh mein Gott. Schnell futtern. So. Wie viele brauchst du? Ich würde jetzt sagen, so viel ich kriegen kann. Aber für deine Jeans brauche ich noch... So. Moment. Was? Hä? Hose. Noch sechs. Ich habe jetzt gedacht, da kommen jetzt so 60 oder so. Ja, ich bringe sie dir gleich vorbei. Ich gehe noch schnell in den Baum. Hacken. Wenn möglich, würde ich noch 15 mehr nehmen. Kein Problem. Ich habe... Gleich ein paar Stoffhetzen. Dann würde ich mir nämlich auch so einen Taschenmod machen, wie ich dir gegeben habe. Mhm. Wenn ich jetzt das Klebeband noch finden würde. Ich könnte sperren. Wir hatten irgendwo ein Klebeband. Naja, da ist es doch. So, dann mache ich das nämlich schon mal. Nice. Und das geht nur auf die Hose oder was? Ah ja, Modifikation von Hosen, Hemden und Mänteln. Okay, meine Jacke geht da nicht. Ah doch. Außer. Ich habe einen Platz mehr. Ich habe es spät durchgespielt. Mhm. Wenn ich schon mal hier bin, bin ich hier gerade noch ein bisschen... Also gerade ein Glas. Wasser holen, weil dann habe ich 10 und 10 kann man hier nur stacken. Das reicht dann, glaube ich. Gucken, ob das funktioniert mit der Modifikation. Oh, es wird schon mehr dunkel, gell? Tatsächlich, ja. Ach, Fick. Was genau? Ich wollte zielen. Mit dem Speer. Mhm. Kommt nicht so gut. Der wird dann geworfen. Ja. Man munkelt. Man munkelt. Hm. So, mach mal da mal 20. Hm. Was denn? Mein Wasser ist nicht gereinigt, aber ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht. Ja, du musst es doch kochen. Nein, ich habe doch die Mod auf dem Kopf. Ach so. Hm. Okay. Die hat einen Mod auf dem Kopf. Sie ist ein Döner. Nicht so? Ja, vielleicht nicht so. Okay. Siehe ich denn aus wie ein Döner? Ja, manchmal. wedding. Siehst du gerade, wo ich bin? Sekunde. Ja. Hier würde ich vielleicht gerne mal hingehen, wenn der Tag rum ist. Da habe ich tatsächlich noch mein Pin. Mein Wegpunkt. Genau. Cool. Ja. Ich muss langsam heimkommen. Ja, solltest du. Ich muss langsam heimkommen. Alter. Was denn? Ich bin schon wieder erschrocken vor dem vor dem Tür. Ja, ich habe einen Punkt. Geil. Krass. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ja, krass. Ach so, das war ein krass. Ich habe was verstanden. Ja, das war ein krass. Nice. Jetzt kann ich endlich den Arzt lernen. Schon. Cool. Hast du zuvor hier noch Holz? Ja, Moment. Wie viel? Nicht sehr viel. Meinst du, wir können auch eben, bevor es wirklich... Ja, klar. Ich würde es hier nämlich gerne noch machen. Ähm. Ja. Punkt. Ist zwar alles ein bisschen... Stupide. Aber es soll ja erst mal helfen. Pimba! Oder ich sage es mal anders. Schön ist es anders. Aber es soll ja effektiv sein. Nicht wahr? Ja, absolut. Du hast ja noch nicht gesehen, warte mal ab. Ich muss jetzt aber wirklich noch nach Hause kommen. Ja. In welche Richtung. Ich habe doch mehr Holz, als ich dachte. So, das sieht doch fast gut aus. Und da verließen sie ihn. Fuck. Was denn? Im Heimweg ist ein fetter Bär. Oh, nee. Wie weit bist du denn weg? Nicht weit. Okay. Ah, da bist du ja schon. Kommt ihr denn nicht nach? Nee. Hä? Ähm. Entschuldigung. Ah, okay. Ich habe so eine Schleuse davor gemacht. Wo man zur Not rausschießen kann, weißt du? So, Achtung. You mach Loki Loki. Eins. Gut, einfach nur hier ausbessern. Ach so, ja toll. Das hätte ich auch machen können. Ja. Aber ist okay. Guck mal, ich habe ja noch was. Du kannst mir vielleicht noch erzählen, wie man... Was denn? Ah, cool, danke. Ich mache dir gleich die Hose. Ähm, wie man... Oder mit was man die Türen weiter verstärkt? Ähm, mit Eisen. Einfach eine Tasche haben, oder was? Jo. Ah, okay. Wie findest du die Idee hier? Sehr gut. Tatsache? Ja. Okay, ich bin ein bisschen skeptisch. Es sieht halt nicht toll aus, aber... Vielleicht fliegt man es da am Ende noch ein bisschen schöner hin. Ich bräuchte ein bisschen Holz. Oh, echt? Ja, ich gehe schnell holen. Oh, ich hätte jetzt gegeben. Ja, der Baum hier ist eh ein bisschen unpraktisch. Ich finde den eigentlich ganz schön. Nee, ich sehe nichts, wenn ich rauslaufe. Achso, ja, das ist unpraktisch, ja. Oh Gott, 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 oh Gott. Komm rein. Mach mal auf. Mach wieder zu. Ja. What the fuck? Alter. Wir haben da was im Haus. Jetzt nicht mehr. Krass, ey. Oh mein Gott. Warum ist die Tür wieder zu, ey? Das sieht nicht so gesund aus, was der da macht. Ja, wir sehen. Toll. Jetzt wickelt er da hinten rum. Echt? Bei mir steckt er noch in der Tür. Nee, ich habe ihm nur den Kopf abgehauen und dann hat er da im Eck rumgewickelt. Ach ja. Mein Gott, ey. Der mich erschreckt. Oh, der hat da viel Fleisch. Ja. Wobei im Vergleich gar nicht so viel, ne? Gipfliche. Achso, ja, äh, hier. Okay, 60 ist jetzt, hätte besser laufen können. Ich habe Testosteronextrakt von ihm bekommen. Ja, das dachte ich mir. Eine vom Bär gewonnene Substanz, die für die Herstellung von Steroiden benötigt wird. Können Sie noch dopen? Und ich meine, nicht droppig für die Haare. Disconnect. Ja, ich brauche was zum Heilen. Ich habe nur noch 6%, also 6 Lebenspünktchen. Okay. Das geht ja leider nicht sowas wie Heiltränke oder so. Achso, warte, ich mache dir kurz seine Hose. Ja, bitte. Ach gut, das reicht sogar für 2. Wenn wir noch ein Näh-Set haben. Hm, da verließen sie ihn. Ich habe vorhin irgendwo eins reingelegt. Der hat mich noch rausgenommen. Oh. Äh, hier. Wo bist du denn jetzt hin? Du warst doch gerade noch hier. Ja, ich brauche Holz. Achso. Oh, oh, ich bringe jemanden mit. Ich leg's dir in die Kiste. Äh, äh. Wo denn? Oh, Hundi. Toll. Das ist jetzt, äh, suboptimal. Ich habe die Tür gerade verstärkt, Mann. Ich habe die Tür gerne. Ich habe mich verletzt, Mann. Ich glaube, das ist mehr als nur ein Hundi. Ich habe leider keine Tür mehr. Moment. Aber das ist ganz gut. Warte mal. Toll. Warte, ich muss denn das wegmachen. Weil so kann man auch hier rausschießen. Okay. Träumchen. So. Wie gesagt, die Falle habe ich hier rein. Was? Du meinst die Hose? In die R meine ich doch. Ich habe gerade nach Fallen geguckt, deswegen. In irgendeine Kiste. Nice. Dankeschön. Jo. Fancy. Ich weiß noch nicht, was das bringt, aber fancy. Hm. Nice. Nice. Die normalen Blöcke eigentlich auch verstärkt. Was braucht man denn da? Sind es Steine? Sind es so Kieselsteine? Äh, ja, tatsächlich Pflastersteine. Ach ja. Ja, cool. Hattest du dir Wasser abgekocht? Nee. Nee. Wieso? Weil hier fünf Wasser drin sind. Doch, du hattest dir, glaube ich, Wasser abgekocht. Kann sein. Also, ich habe zumindest noch Wasser. Aber gutes Stichwort, danke. Möchtest du vielleicht ein bisschen roten Tee haben? Roten Tee? Mhm. Oh, ich habe gerade Wasser reingeschüttet. Aber danke. Mich würde mehr interessieren, wie bekommt man denn diese Pflastersteine? Ähm, zeige ich dir. Müssen wir aber raus. Oh, mal fancy, oder? Ja, aber jetzt können wir ja doch wieder nicht rausschießen. Ja, aber die können auch nicht. Also, die machen sich ja dann weh, wenn sie rein wollen. Hm. Das ist alles noch nicht ganz durchdacht hier, okay? Aber ich finde, es ist schon mal ein Anfang. Ja, das ist gut. Willst du raus oder nicht so? Ich meine, im Bestfall würde man hier so ein Kreuzhaus machen. Dass man quasi in die Richtung und in die Richtung noch verlängert. Ah, ich weiß nicht. Aber weißt du, wie ich meine? Hm? Ich habe ja kein Holz mehr. Oder nicht genug Holz. Ja, zeig mir mal, wie man die Steine kriegt. Bitte. Nimmst du... Warte. Ich habe eine Schaufel, falls es hilft. Kannst du auch mit der probieren. Komm mit. Nee, was ist denn effektiver? Ja, komm mal mit. Ja, was soll ich denn mitnehmen? Ja, die Schaufel. Sicher. Ja. Gehst du hier hin? Hm. Das ist fest, Junge. Ah, okay, warte. Dieses Geräusch heißt, kannst du nicht abbauen. Aber das ist nur Sand. Ah, ja. Aber das ist nur Sand. Steine halt und Sand, ja. Oh, war denn das? War das hier? Das ist Lehm, glaube ich. Ja. Nee, Kohle. Also auch. Also ich kriege ja nur Lehm. Das ist kein Lehm. Doch. Ah, okay, durch. Gehe im Boden. Hm. Irgendwo hatte ich es letztens, glaube ich, hergekriegt. Steine. Nee. Das mache ich jetzt mit der Schaufel lieber nicht. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Oder wird es schon wieder so rot da hinten? Ja. Lass mal vielleicht doch in der Nähe vom Haus bleiben. Ich würde noch gerade ein bisschen Holz sammeln. Mhm. Okay, kann ausdauern. Ui. Gut, dass es keinen Krach macht. Ich kann mich noch daran erinnern, damals haben die Autos, die rumgestanden haben, hatten zum Teil Alarmanlagen. Und wenn du die getriggert hast, die waren halt endlos laut. Da sind ganz viele Zombies gekommen. Boah, ist ja assig. Zimba. Ja, aber ich finde... Hey, die kann man herstellen. Was? Pflastersteine. Ah ja. Aus Lehmboden und Stein. Na dann, guck mal, willst du meinen Lehmboden noch haben? Ja. Sind nur zehn, aber besser wie nix. Nice. Nice. Dankeschön. Jo, bitteschön. Wir sollten wieder eine Aufnahme machen, auch wenn meine Folge ein bisschen kürzer wird. Ja. Ton, ich bin egal, wieder. Eis. Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Boah, heftig. Was, heftig? Dein Ton. Okay, also, das dauert jetzt relativ lange. Ich hab hier... Ich mach hier ein paar Kieselsteine. Ich glaub, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um tatsächlich ein kleines Päuschen einzulegen. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich denke auch. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Spielen, für, keine Ahnung, für alles halt. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ja. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ja. поч